jo leute was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu battlefield 1 wir machen weiter mit einer runde eroberung und wir müssen noch fünf fahrzeuge vier fahrzeuge zerstören wird denn hier schon geschossen alter was hier los ich bin für die gegend nur keine hüpfte oder ja leute eroberung fünf panzer oder fahrzeuge müssen wir noch zerstören weiß ich gar nicht ob dann auf der karte so funktioniert wir reden jetzt erstmal als versorger durch die gegend sollte wohl nicht so lange sein weil wie gesagt ich muss halt die dings noch zerstören wir müssen noch fünf fahrzeuge zerstören heute ich weiß nicht ob das gerade so die perfekte map dafür ist aber ich glaube schon da hinten auf der anderen seite von der map haben die deutschen ja genau die deutschland da schon auch noch fahrzeuge aber da müssen wir erst mal hinkommen ich sehe da gar nichts von hat dann ist viel zu dunkel da liegt da schon einer ich sehe da nichts drin war irgendwie viel zu dunkel hatte ja leute ich habe gerade eine runde outlast aufgenommen und ja mir übelst dabei in die buchse geschissen und ja jetzt habe ich dann damit aber aufgehört weil zu viel schiss und so was ja zu viel schiss und so und ja ich muss mich jetzt erstmal eine runde battlefield ab reagieren ich bin jetzt den dings weil hier auf der seite sollten wohl die anderen panzer sein ich meine andersrum zählen flugzeuge wahrscheinlich auch dazu vielleicht könnte ich mich auch einfach hier an so einen flack setzen wo ich muss diesen leute ich könnte mich denke ich mal auch einfach an so einen flack setzen da kann der granaten flug mein gott was ist los hier da kann noch eine granate wir schmeißen irgendwelche dudes granaten hin oder ausgerechnet jetzt kriege ich so niesenanfall hier ich laufe jetzt mal nach e ob das so prickelnd ist weiß ich noch nicht aber ich laufe jetzt mal nach e nein läuft da noch zwei da ist auch einer er ist tot wir verstecken und hier wird irgendwo umgeballert aber hier sind irgendwo welche ok da noch einer was drei leben fängt hat schon wieder so an man 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 immer diesen lackys hat er nur drei leben über gehabt er und ich musste noch nachladen ja wir brauchen nur 33 fahrzeuge mit sprengstoff habe ich gerade gesehen sind gar nicht mehr fünf vier sind nur noch drei da ist ein fahrzeug jawohl motor deaktiviert zählt dass er zerstört weil ich habe mich damit jetzt nämlich gefickt aber solange ich den panzer damit auch zerstört habe wäre alles gut aber nein habe ich nicht warum komme ich da noch rein dann kann ich den panzer zerstören ja aber die war schon fail weil er schon weg war wo ist der panzer dahinten aber da ist der panzer ja wieder nur leicht beschädigt und mich wieder damit festet ja leute im moment geht so die aufgabe ein bisschen vor ich meine klar wenn ich mich jetzt so ein bisschen damit aus buxiere ist ist mir das egal solange ich damit die aufgabe also diesen orden hinkriegt weil der ist jetzt tot aber habe ich nicht gekriegt trotzdem noch einen mit sprengstoff also muss ich doch noch vier haben naja gut dann ist das jetzt so weiß gar nicht ob da jetzt weiter gekämpft wir kontrollieren alle einsatzgebiete was hier los ja ok und wir wollen mit spieler also gegen spieler wird auf jeden fall irgendwo geballert aber ja wir haben noch gegenspieler ja wir haben noch gegenspieler jawohl wir haben aber getötet getötet gg oh shit nein wirst du dich nicht selber du idiot oh fuck das war nicht nein nein das war nicht so beabsichtigt ich wollte da eigentlich nur den sprengstoff überwerfen über die mauer wo sind das feindliche auto jetzt tuff tuff weg naja wir haben hier einen flack und da ist so ein aaa 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 jetzt habe ich gedacht kann ich hier schön spazieren gehen aber puste kuchen ich wollte da mal an dieses geschützt rangehen um zu gucken ob ich damit den bärmutter abschießen kann da hinten war ein fahrzeug da bei aaa da ist ein fahrzeug gehen wir mal hier rein wir haben das gucken wir mal ob wir das fahrzeug kaputt kriegen ja ich kann keine kommandos geben immer noch nicht ich weiß nicht wieso das so ist aber manchmal geht es halt nicht wo ok ok aber hier sind noch welche da war ach kurva bled henry martini henry ja guck mal jetzt holen sie sich einen punkt nacheinander hier was da los und ich hab das auto wieder nicht gefunden halbzeit schon wir haben die oberhand aber ich hab noch keine aber wo war der wo war der ja leute ich muss mich wieder ein bisschen waren zocken wegen nach pause gemacht ja nach einer pause ist immer alles gefrescht aber da habe ich jetzt ich keine ahnung ob wo der gewesen ist oder gewesen sein wollte aber aber was warum habe ich mich denn jetzt immer noch nach man dieses hinlegen ne ich meine ist ja realistisch ne wenn du dich irgendwo hinlegst und da kein platz mehr ist dich ja quasi mit dem füßen irgendwo abstürzt oder weg drückt aber da hat das so krass ist ist irgendwie ein bisschen panne man kann ja ruhig die füße anwinkeln oder so ja auf jeden fall kriegen wir hier glaube ich das nicht hin mit den dings mit den fahrzeugen ich glaube ich versteift mich da schon wieder zu viel ähm ähm ich sollte jetzt mal so gucken dass ich hier so punkte mach und dann eher so aufleveln kann wir haben einsatz ziel david erobert hier waren noch welche also laut der anzeige da oben oh 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 das fette fisch ist auf mich af aber aua und da oben war noch der andere der zweite oder der eine der sich hier die ganze zeit versteckt hatte ich krieg hier nichts geschissen ist da los nein ich will nein da will ich hin auch dann fahrzeug ist ich meine klar so ein bisschen gucken nach dem fahrzeugen wenn ich trotzdem aber sie nicht danach aus als wenn ihr noch ein fahrzeug ist und hier sind wohl noch vier dudes oder 23 und weiß es nicht auf jeden fall sind hier noch irgendwelche laut anzeige wo haben sie sich versteckt das verurte luftschiff der blitz soll ich beim scheißen treffen idiot immer ein und dann spielen wir auch wieder in den versorger jetzt egal mit den links ich meine höchstens oder ich habe auch noch mörser ich kannte auch eventuell noch die mörser zerschießen fahrzeuge wenn ich mal welche noch finden sollte da ist dritten holy shit kann man blind sein ach ja ja da ist ein panzer gewesen ach c ist jetzt auch wieder geloost fuck dann muss ich jetzt hier rein ich will zum panzer ich will eigentlich jetzt erstmal nur den panzer ausschalten was stirb du panzer ach der schießt da fordert vor die betonsäule und trifft mich ach und ich musste ja auch mit sprengstoff töten ich glaube da hätte jetzt sowieso nicht gezählt naja ärgerliche aufgabe ich finde die wirklich kacke weil irgendwie die 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 panzer granaten da die sind die so doll so super doll stehen wir hier an der beschissenen stelle finde ich ja ein flack ist kein sprengstoff ne aber wo ist der scheiß panzer wo ist der dämliche panzer das ist unser ort wo ist denn der panzer jetzt hin komischer panzer du sollst hier bleiben keine ahnung wo der jetzt hin ist da ist irgendein fettes fettes flugzeug abgestürzt ja keine ahnung panzer ist weg nachladen wo declared wo 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 ich setze mich jetzt mal hier nochmal an das flag und versuch das ding da zu schießen abkühlen bevor sich das ding umgedreht hat abkühlen noch ein bisschen geht noch jetzt nicht mehr weg da weg 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 jetzt mal kurz momentan und dann wieder oder wollen wir noch ein flag leute 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 ja dann mit den fahrzeugen das pisst mich irgendwie an ja mit dem mörser kann ich wohl nicht so hoch schießen denke ich dass ich da das luftschiff treffen würde als das problem jetzt hier auch wieder nebel ist acht sick auf dem boden wieder und in der tür steht noch einer 5 zu 15 alter also die erste runde diesmal trifft mich extrem hart und david verkacken ich habe leider keine granate mehr und auch kein bajonett was hat überlebt was heftig man ein kill nur gekriegt der anderen die versteht nicht wie viel schuss habe ich den jetzt wieder reingedrückt der trotzdem überlebt mann 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 da kommt man wenigstens zwei holen aber da bin ich jetzt aber brutal gespawnt richtig brutal gespawnt direkt neben zwei so dudes oder vor drei dudes so von der drei ok wo bin ich alles klar alles klar alles klar ich weiß wo ich bin ich weiß noch nicht was ich hier soll nein quatsch wir haben nicht schon das war schon mal nicht schon wo war ein fest man jetzt gerade so einige ich glaube der wird eher leben haben wollen aber mit leben kann ich gerade nicht dienen ich wollte aber hier auf die andere seite übernehmen sie unseren punkt wir rennen alle nach da und da übernehmen sie unseren punkt die schweinehunde mein gott ich will da eigentlich nach draußen zu dem geschütz ich will den behemuth kaputt machen weil für mich ist ein fahrzeug mit dem ist das viele luftschiff da oben irgendwo wo ist es ich sehe es gar nicht mehr doch da ist ja gut leute die erste runde war dann halt ein bisschen was für den arsch wir haben nicht viel erreichen können wir haben weder viele kids gekriegt wir sind das einzige was los ist viel gestorben wir haben leider die aufgabe noch nicht schaffen können aber dann beim nächsten mal wenn es euch gefallen hat lasst ein paar bewertungen da und ich will hoffen wir sehen uns beim nächsten mal danke fürs zuschauen bis dann holen